Die Topf-Serie Bonn von Fissler vereint Funktion und Design. Dank hochwertigem Edelstahl sind die Töpfe besonders pflegeleicht und robust. Der Superthermic-Boden ist für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet. Er nimmt die Wärme sehr gut auf und verteilt sie gleichmäßig. Die Edelstahlgriffe bleiben dank Hitzepuffer beim Kochen angenehm kühl. Die markanten Silikonringe setzen optische Akzente. Ein formschöner Güte-Glasdeckel macht energiesparendes Sichtkochen möglich und mit der integrierten Messskala können Flüssigkeiten einfach dosiert werden. Der breite Schüttrand ermöglicht das zielsichere Ausgießen ohne Tropfen. Perfekt bis ins Detail. Die Topf-Serie Bonn von Fissler. Bis zum nächsten Mal.